Während Lina weiter übt, steht für die Welpen und ihre Eltern ein neuer Klassenausflug an. Und, wo geht's hin? So Leute, ich hab heute eine Überraschung für euch. Heute geht's ums Thema Pferd. Wir sind verabredet mit der Jutta Brinkhoff, die ist deutsche Meisterin im Horse and Dog Trail und kann uns ein bisschen was zeigen. Wir können mal schauen, was alles so geht im Thema Hund und Pferd. Und ich bin sehr gespannt, wie eure Welpen gleich reagieren werden. So, los geht's. Hallo. Hallo. Grüß dich, Jutta. Grüß dich, André. Hallöchen. So, kommt ruhig ein bisschen näher. Ich glaube, manche haben auch noch nie ein Pferd gesehen. Für manche ist es heute das erste Mal. Sieht aber recht entspannt aus. Vielleicht haben sie es noch gar nicht gesehen. Das hat sich ja noch nicht bewegt. Vielleicht liegt es daran. Noch nicht gesehen? Das kann man von Eddie nicht behaupten. Ich habe heute mitgebracht den Emil und den Nanook. Das ist mein Horse and Dog Trail Hund, mein Reitbegleithund, mit dem ich auch aufs Turnier gehe. Mir liegt besonders als Pferdebesitzer am Herzen, dass gerade junge Hunde Pferde positiv abspeichern. Denn später, wenn ihr dann unterwegs seid mit eurem Hund, dass der Hund dann nicht gleich ausflippt, nur weil ein Reiter euch begegnet. Ich glaube, jeder Hundebesitzer ist schon mal in die Situation gekommen, draußen auf dem Spaziergang ein Pferd zu treffen und weiß, wie gefährlich das auch werden kann. Wenn die Hunde das nicht kennen, entweder Angst haben oder aber eben nach vorne gehen. Und das wollen wir von Anfang an hier vermeiden. Wir wollen unsere Welpen perfekt an Pferde gewöhnen. Vielleicht kannst du einmal so auf und ab gehen als allererste Reaktion. Mach ich. Lass dann den Nanook. So, los geht's. So, jetzt kommt Bewegung rein. Das siehst du auch schon alle. Gucken mal hin. Noch völlig entspannt. Ja, lass ihn. Nicht, dass der Carlos da unter das Pferd kommt. Super, super. Belohnt das ruhig mal. Großartig. Wir sind bereit für die nächste Stufe. Ihr nehmt euren Welpen auf den Arm und ihr könnt ruhig mal rankommen, vielleicht so nacheinander. Und wir schauen mal, wie das läuft. Der Toffi kann mal starten. Komm mal rüber zu uns. Die Frage ist, wer hier mehr Angst hat, Toffi oder sein Papa? Genau, mal schnüffeln lassen. Ja, hallo, in Sardinia. Alles gut. Wenn es ihm nicht ganz geheuer ist, gehst du einfach nochmal ein Stück zurück. Interessiert ist er auf jeden Fall. Sehr schön. Toffi scheint sehr interessiert zu sein. Von daher sehe ich das Ganze eher wirklich als ersten schönen, guten Kontakt. Dann machen wir mit Coco weiter. So, dann gucken wir auch erstmal hier. Dann erstmal schnüffeln lassen ist gut. Und wenn du merkst, da ist keine ängstliche Reaktion, kannst du ruhig mal ein Stück weiterkommen. Kontaktaufnahme. Coco ist hier völlig entspannt. Der macht das gar nicht. Sie ist auch sehr interessiert. Kommt direkt an, schnüffelt dran und hier gibt es sogar ein Küsschen. Das ist natürlich die beste erste Kontaktaufnahme mit einem Pferd. Carlos ist der Nächste. Normalerweise ist der Carlos ja immer richtig cool. Mal gucken, ob sich das hier auch bestätigt. Ja, wie ist das denn? Guck mal, da gibt es auch ein Küsschen. Sehr gut. Großartig. Sehr gut. Carlos dagegen kann sich noch nicht so recht mit den großen Tieren anfreunden. In der nächsten Runde geht es nochmal weiter um Gewöhnung. Diesmal ist der kleine Unterschied, dass die Jutta drauf sitzen wird. Ihr macht euch weiter bereit, schön mit dem Fuß auf der Leine, belohnt die Hunde, wenn sie entspannt bleiben und beobachtet, ob irgendwo Stress auftaucht. Und wenn das gut klappt, können wir es vielleicht sogar gleich noch steigern. Doch die Klasse zeigt sich vorbildlich. Oder ist da jemand vom Unterricht K.O.? Großartig. Man darf auch nicht vergessen, hier ist ja noch ein fremder Hund dabei. Ein anderer fremder Hund und ein Pferd. Und die bleiben hier teilweise entspannt liegen. Also ich bin total stolz auf meine Truppe. Na dann kann die deutsche Meisterin ja mal etwas schneller werden. Oho, Sitz. So, das hat ja schon richtig gut funktioniert. Aber jetzt sind wir gespannt, denn jetzt kriegen wir eine kleine Vorführung von der Jutta. Hopp und Hürde. Hopp. Gut, super. Reifen und durch. Jawohl. Gut gemacht. Super. So ein Dog-Trail ist für mich die schönste Möglichkeit, Hundesport mit Pferdesport zu verbinden. Und das Faszinierende ist, dass man eben mit zwei unterschiedlichen Tieren arbeitet und gemeinsam Spaß hat. Ihr habt ja jetzt gesehen, wie es geht. Jetzt würde ich sagen, sind die mal dran, oder? Also absolut. Da fangen wir doch gleich direkt an, wer möchte. Mit mir ein Stückchen zusammen gehen, während ich reite. Der Eddy sieht motiviert aus, oder? Dann würde ich sagen, auf geht's. Hallo, Eddy. Ich möchte dich bitten, dass du der Puffer bist zwischen Hund und Pferd. Und ich achte so ein bisschen drauf, dass ich auf eurer Höhe bleibe. Und wir schauen mal, wie er das wahrnimmt, wenn wir beide zusammen spazieren gehen. Einfach laufen, laufen. Genau. Wir können mal ein bisschen traben. Was meinst du? Gerne. Ja, okay. Schneller, schneller. 700 gegen eineinhalb Kilo. Nur nicht zu nah, Eddy. Da musst du reingreifen. Also man hat gemerkt, er will jetzt den Emil animieren. Da muss er lernen, dass er da nicht anfängt, sich selber hochzufahren. Das ist ein ganz großer, der Eddy. So mit dem Pferd Schritt zu halten und dann darauf zu achten, dass er nicht irgendwie unter die Hufe kommt. Ja, das war schon... Schatz, das hast du vorbildlich gemacht. Traumhaft. Da muss man wirklich in alle Richtungen gucken. Und wie verhalten sich die Schüler, wenn der Lehrer von oben herab die Kommandos gibt? André macht eine gute Figur. Richtig Cowboy-like. Der goldene Reiter. Hey, 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 ich war sehr cool in der Reiter. Ja, super. Hi, Karo. Ja, kannst du dir auch ein Pferd kaufen, ne? Kein Problem. Oh, klasse. Super, André. Jutta, das hat Spaß gemacht. Ja, toll. Und zwar nicht nur dem Lehrer. Der macht sich inzwischen schon wieder auf den Weg. Nachhilfe steht auf dem Programm. Der 19-Wochen-alte Kokapu Toffi ist nämlich immer noch ziemlich anhänglich und nervt damit seine Eltern. Ich bin heute zu Besuch bei meinem Freund Toffi. Der Toffi hatte ja am Anfang ein richtig starkes Problem mit Unsicherheit. Fremden Menschen gegenüber, aber auch sonst war er sehr unsicher. Im Loft hat sich das schon wahnsinnig verbessert. Ich bin gespannt, ob das hier zu Hause bei ihm auch der Fall ist. Zumindest die Begrüßung fällt normal aus. Doch Toffi klebt tatsächlich ziemlich am Rockzipfel der Eltern. Na, Toffi? Er freut sich immer, dich zu sehen. Ist es denn auch bei anderen Fremden so? Hat sich da was getan mit seiner Unsicherheit? Ja, das hat sich komplett verändert. Also auch bei Besuch ist er jetzt offen, freut sich, geht auch offen auf die Zube, grüßt sie, lässt sich anfassen, streicheln. Gar keine Hemmung mehr. Gibt es denn sonst hier zu Hause irgendwas, wo ihr Probleme habt aktuell? Ja, also er ist sehr, sehr anhänglich mit uns beiden, was dazu führt, dass er kaum bis gar nicht alleine bleiben kann. Und das nicht nur, wenn wir aus der Wohnung rausgehen, sondern auch innerhalb der Wohnung. Ich kann doch nicht mal auf Toilette gehen. Ja, also entweder man macht die Tür zum Badezimmer zu, dann ist hier auf jeden Fall ein Baykonzert und die Nachbarn bedanken sich. Oder man lässt sie halt offen und dann sitzt er da und ist ganz happy, dass er bei uns sein darf. Und man denkt sich natürlich so, naja, so ein paar Minuten hätte man vielleicht dann doch gerne auch für sich am Tag. Was sich da empfiehlt, ich habe es auch eben schon bei euch gesehen, ihr habt so eine Hundebox. Die Hundebox ist super, weil die Hunde sich da in der Regel sehr sicher und geborgen fühlen. Das gilt umso mehr, wenn die Box noch ein wenig mit Decken verdunkelt wird. Er macht es schon mal gerne, das ist wichtig, weil er soll sich da ja wohlfühlen. Wenn wir ihn nicht aufgelöst haben, soll er auch drinbleiben. Wenn er sich entspannt, wie jetzt zum Beispiel, da richtig gemütlich hinlegt, dann darfst du immer mal mit der Hand da reingehen und ihn dafür belohnen. Wenn jemand in der Nähe ist, klappt es also schon mal mit dem Ruhefinden. Wir gehen jetzt aber mal raus. Ich will, dass ihr merkt, das ist alles ganz normal. Jetzt tauche ich sofort wieder auf, ist er jetzt da geblieben, wäre jetzt gerade, dann wird belohnt. Das war jetzt noch keine Weltmeisterleistung, dass er jetzt da zwei Sekunden alleine war, aber da genau fangen wir an. Hunde denken so, ja, das heißt, wann fängt der Stress an und wir versuchen ihn genau da abzuholen. Das ist jetzt so ein bisschen Fleißarbeit für euch, natürlich. Und für Toffi ziemlich ungewohnt. So, gut ist schon mal, wenn er drin bleibt, aber er ist noch nicht entspannt, das erkennt ihr. Der steht noch da, der akzeptiert die Grenze. Fragt sich Noah, wie lange? Also ich habe heute auch eine Menge dabei beobachtet und von ihm gelernt. Vor allem was den Faktor Geduld angeht. So, dann wieder am Ende, ganz wichtig, nicht vergessen, Blickkontakt jetzt. Und dann darf er rauskommen und dann jetzt auch nicht hier auf 120 hochfahren. Aber wir dürfen uns schon mal mit ihm folgen. Geht auch direkt wieder rein, das ist auch ein gutes Zeichen. Dann heißt es für euch jetzt wirklich täglich trainieren. Ich werde das überprüfen. Wir sehen uns im Loft wieder, seid fleißig. Alles klar. Macht's gut. Ciao. Ciao, André. Ciao. Ciao, André. Ciao.